Wen habe ich in der Leitung? Guten Morgen. Ich bin Rainer Fritsch vom Münchberger Verein und wir brauchen die Hilfe der Radio Euro, Herr Zürder. Jawohl, hallo Herr Fritsch. Worum geht es denn? Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Unser Projekt Historischer Münchbergweg hat die Fachjury unter Bundesministerin Schwesig beeindruckt und wir konnten im bisherigen Wettbewerb der Google Impact Challenge tausende andere hinter uns lassen, sodass wir jetzt im Deutschlandfinale der letzten 200 Teilnehmer sind. Aber nun zählen nur noch die Internetklicks. Daher brauchen wir eure Hilfe, um gegen die Mitbewerber aus Großstädten eine Chance zu haben, die 10.000 Euro für den Ausbau unseres Projekts zu gewinnen. Ich zähle auf euch, damit sich unsere Euroherzregion in Berlin bei der Siegerehrung präsentieren kann. Daher jetzt auf finale.münchberger.info gehen und für uns abstimmen oder Plakate, Banner für Homepage, Social Media und WhatsApp herunterladen. Von dort kommt man natürlich auch zu unserer Homepage, Audiogeschichten, Google Earth und anderen Möglichkeiten, die unser Projekt für alle Altersgruppen bietet, die Vergangenheit eindrucksvoll zu erkunden. Jetzt heißt es, gemeinsam für die Region miteinander mehr bewegen und klickt für uns auf finale.münchberger.info. Bitte enttäuscht mich nicht. Danke. Danke. Dankeschön, Herr Fritsch. Also, liebe Euroherzregion, Sie haben es gehört, wenn Sie unsere Region unterstützen möchten, einfach auf die Website klicken und für Münchberg stimmen. Finale.münchberger.info. Dort können Sie voten und dort finden Sie auch nochmal alle Infos. ? Bye. 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 Bye.